So, jetzt müssen wir uns nur hier ein bisschen umschauen. Was gibt es hier? Ein paar Wandmalereien. Oh, hier ein weißes Zeichen. Hier war eine Truhe. Wieder ein paar Welpen. Sehr gut. So, wo geht es hier lang? Merlins Zimmer. Wirklich? Aha. Wir sind wieder hier. Dann Merlin. Aber wieder was Neues zu sagen, oder? Nein. So. Mal speichern. Ups. So, ich muss schlafen gehen. Baby, Leute. Und viel Spaß noch. Danke dir, Robson. Danke fürs Zuschauen. Schlaf gut. Gute Nacht. So, und die gute Fee. Ich weiß noch immer nicht, was die macht. Ich mache mir große Sorgen um Cinderella. Ja, das kennen wir schon. Ja, da war das gelbe Zeichen. Aber ich kann den Stein jetzt noch entfernen. Also, ich hätte mir gedacht, ich sage dir jetzt auch meine Theorie, Fini. Vielleicht... Vielleicht... Mir sind nämlich die Potions ausgegangen. Vielleicht muss ich auf die andere Seite irgendeiner Pflanze Potion geben, groß werden, und dann kann ich den Stein eventuell entfernen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Oder vielleicht Äther oder irgendwas. Stimmt, Äther müsste ich jetzt noch einkaufen. Das wollte ich noch ausprobieren. Aber sagen wir nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich wollte es jetzt nur mal sagen. Das war das, was ich mir überlegt habe. Aber ansonsten absolut keine Ahnung. Also, wenn es das nicht ist, wüsste ich, glaube ich, nicht mehr, was ich noch machen könnte. Würde ich nicht machen. Klingt falsch. Versuch's halt mal. Was? Ich rede, wir ignorieren. Jetzt habe ich Angst, unnötig Tal auszugeben. Aber ich probiere es trotzdem. Was sagen Sie? Das war nur meine Theorie. So, ich brauche Äther. Weil da gibt es so ein paar Pflanzen, die Äther wollen. Ich habe drei Äther. Nein, ich kaufe keinen Äther. Ich kaufe keinen. Drei müssen reichen. Drei müssen reichen. Ich kaufe noch einen Ring für Goofy. Für die Tausend. Hey, also wenn das kein Gummistein ist. Genau. Wofür ist der? Soll das ein Scherz sein? Du fliegst mit einem Gummijet und weißt nicht, was Navigummis sind? Die Zwischenwelt ist kein Spielplatz, ihr Ignoranten. Wir wissen vieles nicht. Na und? Wir müssen mit dem Gummijet zu den anderen Welten fliegen. Wir haben keine andere Wahl. Ruhig Blut. Ich dachte nicht, dass du es ernst meinst, okay? Also ich werde euch mal ein wenig unter die Arme greifen. Danke. Hm, sieht wie die Hälfte von einem Ganzen aus. So ist es nutzlos. Ihr braucht noch die andere Hälfte. Kommt wieder hierher, wenn ihr das andere Teil gefunden habt. Okay. So, einen Ring kaufe ich noch für den Goofy. Für unseren Tink. Ich meine, es hätte mich auch gewundert, wenn man den Stein halt nicht entfernen kann. Oder allgemein die Welt nicht abschließen kann. Aber ich war so planlos beim letzten Mal. Ich muss noch mal schauen. Müssen wir mal schauen jetzt. Wir gucken mal. So, ab zum Wunderland. Ich bin da auch Stunden dran gesessen. Wirklich. Ich bin mir so dumm vorgekommen. Wirklich, finde ich. Das ist... Ich bin froh, dass ich nicht alleine bin. Beziehungsweise ich habe es ja noch immer nicht. Also von daher... Vielleicht werde ich da jetzt auch mal wieder eine Stunde dran gesessen. Nein, es ist echt schwer. Heftig. Dann soll einer sagen, dass es Kinder gehen. Ich bin auch mehr durch Zufall drauf gekommen. Und nicht, weil ich so klug war. Okay. Na, vielleicht frage ich dann später nach Hinweisen. Ich muss mir das noch mal anschauen. Vielleicht war ich auch letztes Mal einfach zu müde oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man muss sich die Sache noch mal anschauen. Klug. Klug. Herztribunal. Meine Götter. In der Lotusheim. Oh mein Gott. So, hier wären wir wieder. So, aber die Blume... Aber der Blume habe ich doch schon was gegeben. Eigentlich. Ich weiß, dass ich der Blume schon was gegeben habe. Deswegen, durch die wird man nicht groß. Und hier gibt es auch keine weiteren Blumen mehr. Deswegen ist meine Theorie vollkommen am Arsch. Das gibt es nicht. Ich bin schon planlos. Ich bin schon planlos. Ich bin schon planlos. Ich muss halt tatsächlich jetzt drüber laufen, gell, ohne den Charmeur-Dings. Ohne die Charmeur-Fähigkeit. Das Wunderzimmer kennt alle Antworten. Ich glaube, das ist ein Hinweis. Ich glaube, das ist ein Hinweis. Schönen Dank auch. Ja, denen haben wir schon was gegeben. Ja, denen haben wir schon was gegeben. Gib mir Aether. Dem können wir noch Aether geben. Wow. Dankeschön. Camperset. Okay. Immerhin. Okay. Immerhin. Jetzt haben wir wirklich jeder Blume was gegeben eigentlich. Blo Soundtrack. Ah... Okay. Schöno Hammer. Schöno damage Neuedes Neuedes. Neuedes... Um... Boah, ohne Charmeur ist echt Käse. Ohne Charmeur ist echt Käse. Dann haben wir den Betäubungsschlag weg. Und dann braucht der das aber nicht. Obwohl, der wird ja auch durch die Kugeln gehegelt. Ah, dann bin ich wieder hier. Ich weiß gar nicht, wie mein Kopf ist. Mein Kopf gerade raucht. Mein Kopf raucht gerade riesig. Ich glaube, der ist gleich überhitzt. Das gibt es nicht. Jetzt ganz ehrlich, was ist denn das? Die Dampfschrauben stecken vom Schädelauf. Ja, aber wirklich. Ich kann mir nur noch eines, jetzt wirklich nur noch eines vorstellen. Nämlich, dass hier irgendwas ist. Weil hier bin ich rausgekommen und hier war gar nichts. Hier war genau nichts. Nichts war hier. Und das kann nicht sein eigentlich. Warum ist es... Aber man kann hier auch nichts anvisieren. Man kann wirklich nichts anvisieren. Warum kann man hier raus, wenn hier nichts ist? Hier ist gar nicht... Geh weg, Goofy. Goofy, geh mal weg, ja. Hier ist einfach nichts. Ja, das, 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 das da ist... Ja, das ist da, ja. Eine Frage, Fini. Ist hier was? Ist hier irgendwas? Also, also, jetzt im Moment. Kann ich hier irgendwas machen? Weißt du was? Weil ich... Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Ist nichts? Nichts ist da. Warum gibt es hier einen Ausgang? Entweder hier gibt es jetzt wirklich nichts. Oder das ist für später. Jetzt nicht. Nein, ja. Denke ich mir, ja. Weil hier gibt es nichts. Hier gibt es einfach nichts. Ich weiß jetzt schon, dass das verschwendet ist. Aber was soll's. Ich will einfach nochmal schauen, wer ich groß bin. Kann hier nichts analysieren. Hier kann man nur den Baum drehen. Das ist einfach nur für den Baum. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann nicht so schwer sein. Das gibt es eigentlich nicht, dass das so schwer ist. Das gibt es eigentlich nicht. Eigentlich gibt es das nicht. Das geht mir nicht ein. Das ist ja unglaublich. Steve. Ja, na, Kappa, Kappa, Kappa. Hast du schon alle Beweise gesammelt? Ja. Hab ich. Alle vier. Oder fehlt dir noch was? Nein, ich habe alle vier. Alle vier Beweise. Oh, hier ist noch was. Stimmt. Ja, da komme ich natürlich. Hier, ja super. Dann ist es leicht. Was? Dann ist es leicht. Klar habe ich alle. Ich habe alle, alle. Das war überhaupt kein Problem. Im Grunde. Die habe ich relativ schnell gefunden. Die Beweise. Und ich habe auch schon mit denen gesprochen. Niemals. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Mit denen habe ich alle schon gesprochen. Ja, ich habe die Beweise. Hier, ich habe die Beweise. Was will sie von mir? Vier Beweise. Ja. Was soll ich machen? Ich würde gerne meinen Kopf behalten. Ja, ich habe die Beweise. Hallo, ich habe die Beweise. Hallo. Das habe ich mich aber auch schon gefragt. Hallo, ich habe die Beweise. Hallo, ich habe die Beweise. Oh, was? Geschlecht dich. Schlecht dich. Komm. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das Spiel will mich verarschen. Komplett. Ich habe schon so lange die vier Beweise. Ich habe, ich habe die schon so lange. Lachkrampf. Was? Die Fini hatten Lachkrampf. Ich habe mit jedem, mit jedem hier drin, habe ich gesprochen. Bis auf diese zwei. Kleinen Scheißer da unten. Diese Herzkarten. Wahnsinn. 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 Einfach nur wow. Okay. Aber ist ja wurscht. Ich habe es jetzt. Perfekt. Könnt ihr neue Beweise erbringen? Äh, ja. Nun denn, der Verteidiger möge vortreten. Mal sehen, welche Beweise erbringen. Beweise ihr gefunden habt. Es geht weiter. Unglaublich. Es geht weiter. Mal sehen, welche Beweise ihr gefunden habt. Es sind zwar eine Menge Beweise, aber das beeindruckt mich noch nicht. Karten, bringt meine Beweise vor. Alle fünf Beweisstücke zu überprüfen, wäre verlorene Zeit. Also dann, wähle eins aus, das du präsentieren willst. Anhand des Beweises werde ich das Urteil sprechen. Was? Nach all unseren Bemühungen? Wenn du widersprichst, dann verlierst du auch deinen Kopf. Wähle nun eine Schachtel. Ähm. Vire nehmen. Bist du sicher? Es gibt keine zweite Chance. Ich nehme einfach mal die. Ich nehme einfach mal die. Ganz spontan. Nun werden wir sehen, wer der wahre Schuldige ist. Ja. Der war schuldig. Was um Himmels Willen war das? Hier ist der Beweis. Alice ist unschuldig. Ich bin hier das Gesetz. Laut Artikel 29 ist jeder, der mir widerspricht, schuldig. Das ist verrückt. Ergreift sie. Oh. Was passiert jetzt? Beschütz den Turm. Was? Nein. Ich kann nicht mehr als tot weh. Ach, meine Güte. Es ist einfach. Wenn ich dran denke. Hä? Nieder mit euch! Wie sie fallen. Ich kann nicht nur noch. Nein. Wenn ich helfe. Ich bin. Wum. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Karma, ich habe mich gerade so verschluckt, musst du so husten. Oje, oje, oje. Ja, alles gut, alles gut. Ich glaube, ich glaube, wäre ich in deiner Situation, hätte ich auch gelacht. Ich meine, ich lache ja selbst drüber. Also von daher. Wo ist Alice? Jemand hat sie während des Kampfes entführt. Ihr Trottel. Findet dem wahren Entschuldigen, egal wie. Das kann jedem passieren. Ja, ich habe mich so auf den Stein fixiert. Ich habe mich halt wirklich so auf den Stein fixiert. Ich weiß nicht, dass ich halt alles irgendwie... Ja, ich meine, ich weiß, dass ich alle Beweise hatte. Die wollten ja auch alle Beweise. Ich war ja auch hier drin. Ich habe mit dem Kaninchen gesprochen. Ich habe mit der Königin gesprochen. Ich habe sogar mit den Pikwachen gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich sogar mit einem... Ich glaube, die habe ich halt wirklich nicht da angesprochen. Ich bilde mir aber ein, dass ich mit einem gesprochen habe. Aber ich kann mich auch irren. Einfach... Ja. Einfach Pech. Einfach Pech. Instinktiv geht man ja nicht zu irgendwelchen NPCs. Das ist es ja. Das ist es ja. Aber ich habe es ja auch gemacht. Ich bin ja zu anderen gegangen. Aber dann habe ich mir gedacht... Ja, kann ja nicht sein, dass nur eine Wache Beweise will. So, weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, blöd gemacht. Ja. Aber... Ja. Auch dumm von mir. Auch dumm von mir. Ich hätte halt wirklich mit jedem Einzelnen gesprochen. Ich meine, das Spiel hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich glaube nicht, dass die das jetzt auch noch so machen würden. Denke ich. Ich weiß nicht. Ich kann mich irren, aber... Trotzdem ein schönes Spiel. Das ändert nicht meine Meinung über das Spiel. Einfach nur... Ja. Es war nur der Moment der Realisation in deinem Gesicht. Ja, das war... Also das... Das... Keine Ahnung. Ich würde da gerne hoch. Da würde ich noch gerne hoch. Das wäre... Das wäre noch schön. Aber gut, jetzt haben wir es ja... Hast du Alice gesehen? Alice? Nein. Schatten? Ja. Äh, wo sind sie hingegangen? Hier entlang? Da entlang? Ist das so wichtig? Links, rechts, oben, unten. Alles durcheinander, dank der Schatten. Tretet ein in den Wald, der zum einsamen Garten führt. Und da ist der Stein. Ja. Da ist er. Einfach so. Vielleicht findet ihr Schatten im Kopfüberzimmer. Oi, Kopfüberzimmer. Das ging nicht gut. Ouch. Was ist mit ihm los, auf einmal? Das ging nicht gut. Hallo Freunde! Ach ja, da haben wir jetzt den Weg. Wunderschön. Die zwei kenne ich auch noch. Ich weiß leider nicht mehr wie die heißen. Herzlichen Glückwunsch zum Nicht-Geburtstag, genau. Das war geil. Nehmt Platz ihr Leute und lasst euch reich verschenken. Das war geil, ja. Zum Nicht-Geburtstag. Was? Boah, skandalös. Die stören mich an meinem Nicht-Geburtstag. Hallo? Das geht nicht. Mit einem verrückter Hutmacher und der Märzhase. Ja, die sind so cool. Oh, das ist auch schon so lang her. Unglaublich lang her. Da oben ist eine Truhe. Da möchte ich, da möchte ich hin. Da oben ist auch eine Truhe. Da möchte ich auch hin. Zum Nicht-Geburtstag. Ins Wunderzimmer. Da ist er wieder. Sie verstecken sich irgendwo. Die Momen, was die Momen rät, Ausgaben. Ihr wollt die Schatten finden? Macht das Licht an. Okay, okay, okay. Da 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 da. Sehr gut. Ja, nein. ouch 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 就掉 后来 毛南 我都不消 毛南 Herztribunal. Ah, jetzt kommt es mir erst. Den Raum kennen wir doch. Den Raum kennen wir doch. Ja klar, Wunderzimmer halt, ja. Wunderzimmer. Was ist hier? Tee-Party-Garten? Oh, da kommen wir wahrscheinlich oben raus, oder? Hä, warum? Achso, na, da sind wir rein. Ich bin auch schon kopfüber hier. Dann müssen wir wahrscheinlich hier. Aber ich schaue nochmal. Mir geht es gut, sehr schön. Mir geht es auch super, danke dir. Alles zu tief gut bei mir. So. Aha. Ah, jetzt sind wir hier. Blitzra-Gummi. So, jetzt ist die Frage. Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi. Habe mir heute Metro Exodus gekauft. Cooles Spiel. Ja, habe ich auch schon gehört. Das ist ein gutes Game sein soll. Boah, was soll ich jetzt machen? Ich habe nur eine Chance, glaube ich, darüber zu springen. Da müsste ich alles wieder laufen. Das wäre kacke. Komm. Ach, da kommt man nicht hoch. Schade. So, dann schauen wir nochmal ins Wunderzimmer. Wegen dem Typen da. Vielleicht macht er ja jetzt auf. Aber Metro Exodus, ist das, ist das der erste Teil, oder ist das... Da gibt es doch zwei Teile, oder? In dem Spiel. Gut. Oh, was sind das für riesige? Oh ja, oh ja, oh ja. Cha tikken. Oh ja, oh ja. Boah, roh! Just muss gehen. Okay.